Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt in einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Death 7. The Beginning, wir sind hier immer noch in der Kanalisation, wo es modrig ist, wo es stinkt, wo die Gegner knallhart und erbarmungslos sind, wo wir in der letzten Folge viele, viele Level-Ups mitgenommen haben. Oh ja, dieser Gegner hier, ich wage mal zu behaupten, der stärkste, ganz normale Standard-Gegner, den man hier so in freier Wildbahn antreffen kann. Wie habe ich denn das nochmal gemacht? Ich glaube, hier mit dem, nee, sie hat ja diesen Dark Blast, glaube ich, gelernt. Ich glaube, das war sogar in der letzten Folge und mit ihm können wir einmal smashen und mal gucken, wie das alles so funktioniert. Ja, wir sind hier schon relativ gut rumgekommen beim letzten Mal und ich bin jetzt hier quasi immer noch auf der Suche nach weiteren Schätzen, weil das hier, wie man das halt aus Kanalisation so kennt, ziemlich verwinkelt ist und ich irgendwie immer noch keinen Peil habe, wo ich noch lange muss, wo ich schon gewesen bin und wo, keine Ahnung, wo ich noch hinlaufen kann. Ja, jetzt übertreibt doch einfach, geben die wenigstens ein bisschen mehr an Erfahrung. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, ehrlich gesagt. Dark Blast und einen Smash. Oh, 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 okay. Eric is out of MP. Das soll uns aber egal sein. Wurde uns dieser Drache eigentlich jemals gefährlich? Warte mal, ich versuche mal eine Runde jetzt so ganz normal mit Angriffen durchzuboxen. Ich glaube, der ist gar nicht so krass. Ich hatte ja auch beim letzten Mal totale Angst vor irgendwelchen anderen Gegnern, die sich dann am Ende jetzt gar nicht so heftig herausgestellt haben. So, ich werde jetzt mal hier ein bisschen auf die sparsame Methode gehen. Oh mein Gott, obwohl ich beim letzten Mal ständig betont habe, dass wir ja so ein komisches Aufladungsteil in der Nähe haben, aber so ganz in der Nähe ist das jetzt, glaube ich, doch nicht. Ich glaube, Dem wird sterben. Oh, Lita ist auch gleich tot. Ach du Scheiße. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und sollte mir echt eine Leere sein. Also das war gerade mehr als nur ein Weckruf. Okay, hier laufe ich gerade ganz wunderbar im Kreis. Aber theoretisch dürften auch gar nicht mehr so viele Gegner kommen, weil das ebbt ja irgendwann ab und dann rücken keine mehr nach. Und ja, ich glaube, so lange kann das gar nicht dauern, denn wir haben beim letzten Mal schon relativ viele von den Viechern hier aus dem Weg geräumt. Dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Aber ich glaube, so als gewissenhafter Rollenspieler, der auf Level-Maximierung aus ist und Stärke-Maximierung und Pipapo, müsste man theoretisch in jedem Dungeon immer so lange kämpfen, bis keine Gegner mehr spawnen, oder? Oh, und hier ist eine nächste Truhe. Oh yeah. Dafür hat sich das wohl definitiv gelohnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das besser sein wird, als das, was wir aktuell nutzen. Auch wenn ich gerade keinen blassen Schimmer habe, für wen das sein soll. Oh, wieder für sie. Diese Ecke, die ist irgendwie voll mit Sachen für Sarah. Ich hätte mir ehrlich gesagt für die anderen Charaktere eher was gewünscht. So, warte mal. 40, 60, 60, 30. 40, 60, 60, 30. Äh, äh, ja, muss ich mir gar nicht merken. Definitiv besser nehmen wir. War mir schon fast klar. Aber es ist echt heftig, wie groß die Sprünge hier nach vorne sind. Also muss man mal so anmerken. Das Ding hier fand ich aber relativ gut versteckt, muss ich mal sagen. Also die andere Truhe, die war irgendwie einfacher zu finden. Ich hoffe jetzt, dass ich nichts weiter ausgelassen habe. Aber ich denke mal, wir müssten jetzt überall gewesen sein. Was ich an den beiden Truhen hier richtig gemein finde. Und guck mal, die Gegner spawnen nicht mehr. Juhu! Gebiet gesäubert, yay! Ähm, was ich an den Truhen hier so ein bisschen gemein fand, war, dass man die so im Vorbeigehen gar nicht gesehen hat. Ne, so in anderen Dungeons haben wir das relativ häufig gehabt, dass, wenn du einfach nur zum Ziel läufst, links und rechts zumindest erkennst, wenn du eine Truhe irgendwo noch holen kannst oder auslassen kannst oder wie auch immer. Und hier war das nicht so. Sind wir hier eigentlich schon lang gelaufen? Äh, ja, ich glaube ja. Ich glaube ganz am Anfang. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts durcheinander bringe, aber den Weg müssten wir eigentlich schon kennen. So, dann können wir jetzt hier nämlich die MP erst nochmal aufladen. Und dann, ähm, joa, stelle ich mich weiterhin auf einen Bosskampf ein. Wenn ich mal angucke, wie schwer die Gegner hier schon waren, dann wird das wahrscheinlich auch kein Zuckerschlecken werden. Als wir zuletzt in so einer Ruine waren, haben wir ja gegen Roboter gekämpft. Oh man, das sieht wie eine große Lagerhalle oder sowas aus. Gucken wir mal. Mhm. Was seid ihr denn für lustige Pünktchen? Oh. Was ist das? Ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, Gegner sehen? Also, wenn das denn Gegner sind. Okay. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. It's not moving. Okay. Was seid ihr? There they are, the crystals. They are almost as beautiful as you, my dear Lebrains. You have acquired the crystals. Warning. Attempts to steal crystals in progress. Activate defense system. Oh Gott. Okay. Hallöchen, Puppelchen. 9500. Okay. Das ist eine stolze Summe. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir echt die Mittel und Wege haben, um denen Einhalt zu gebieten. Zum einen mit Blade Dance. Dann weiter hier mit. Ah, das ist jetzt schwer. Ich glaube, ich mache mal Hailstorm. Hier können wir dann uniten mit Cover Fire. Genau, so machen wir das. Sehr schön. Ah, ich glaube, das wird am bittersten wird jetzt sein, dass ich im Grunde genommen jetzt auch so ein bisschen darauf achten muss, wann wir heilen. Und damit sollte ich dann vielleicht nicht zu spät anfangen. Aber ich mache das jetzt einfach mal so in Dauerschleife. Es sah ganz gut aus vom Schaden her. Ich bin gerade irgendwie wenig experimentierfreudig. Also, Lita müsste ich auf jeden Fall heilen. Ähm, Teich, Blade Dance, Teich, nee, nicht Teich, sondern einmal Heal. Oder soll ich alle heilen? Aber ich glaube, das heilt dann nicht so viel. Nee, wir machen mal nur Lita. So, warte mal, wie viel Energie haben denn die Gegner noch? Oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Warte mal. Okay, 5, 3 und 4, 2. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Cover Fire. Ja, ich glaube, man könnte auch ein bisschen sicherer das Ganze hier abwickeln, wenn man sich erstmal nur auf einen konzentrieren würde. Deswegen hat nicht nur Vorteile, wie ich das jetzt hier mache. Vielleicht hat das auch gar keinen Vorteil und ich mache hier gerade voll den Scheiß. Aber, ähm, ja, ein bisschen rumprobieren und dem Bauchgefühl vertrauen kann ja auch nicht immer falsch sein, ne? So, jetzt dürfte... Oh, fuck. Gerne jemand sterben von den beiden. Okay, das ist gar nicht gut. Ähm. Puh, das ist schwer. Das ist sogar sehr schwer. Ey, da war die ganz ehrlich. Ja, der hier, der ist fast weg. Okay, ähm, also führt kein Weg dran vorbei. Ich will auf jeden Fall Sarah wieder zurückholen. Hier werde ich jetzt mal attacken. Ich mache jetzt mal normale Attacks in der Hoffnung, dass die dann auch früher rankommen. Scheiße, Dem lebt aber noch, wollte ich gerade sagen. Okay, das Blöde an dieser Situation ist jetzt, dass Dem ja eigentlich Sarah heilt. Scheiße, ich will aber, dass sie die Erfahrung kriegen. Du holst Dem zurück und du holst Sarah zurück. Boah, ey, voll die Potion-Verschwendung. Also wenn wir nochmal die Chance bekommen sollten, hier irgendwie Potions einzukaufen, muss ich das auf jeden Fall mal tun. So, ähm, hier machen wir jetzt den Death Blow. Sie muss definitiv heilen. Und zwar heilt sie jetzt wieder Nolita einzeln. Ähm. Und hier können wir ja nochmal uniten. Scheiße. Oh, ist das ärgerlich, ey. Jetzt besiegen wir den. Ne, tun wir nicht. Okay, das ist gut. Es juckt mir der Nase. Toll, ne? So, ähm. Death Blow hier. Potion auf Erik. Ey, komm ey, das müsste doch aber jetzt jeder überleben. Und hier mal so ein Sniper-Shot. Ja. Okay. Ah, die machen aber, glaube ich, mit jeder Runde so, äh, deutlich mehr Schaden kann das sein. Habe, ehrlich gesagt, auf die Anzeigen und Hinweise immer gar nicht so geachtet. Das ist echt blöde. Das ist gerade eine echt blöde Ausgangssituation. Wir machen das jetzt mal so. Er haut eine Potion auf Nolita raus. Sie hier macht mal so eine Heel Wave. Und Immchen hier kann gerne einmal smashen. Wenn jetzt mein Plan aufgeht, leben am Ende alle. Ja, oh, perfekt. Perfekt. Ey, aber das war gerade echt mehr Glück als Verstand. Wow, das ging gerade fast ins Auge. Ich bin gerade echt ein bisschen schockgefrostet gerade. So, ähm. Äh, äh, ich würde eigentlich sagen in Schockstarre. Aber egal. Ich glaube, ihr wusstet, worauf ich hinaus will. Das hier geht auf alle. Und zwar jede Runde. Das ist jetzt Rain of Fire. Ah, das ist die Erweiterung von diesem anderen Ding. Und das hier ist eine sehr passive. Nö, hier gehe ich definitiv auf Rain of Fire. Ja, da muss das definitiv die offensive Ausführung sein. Hier gehen wir auf Magic und Vitalität. Bei ihr... Okay. Ich glaube, ich finde das untere besser, auch wegen der Chance zu stunnen und eben wegen dem erhöhten Grundschaden. Kombo-Boost hin oder her. Den Kombo-Boost habe ich übrigens in dem Kampf gerade eben auch schon wieder voll ignoriert. Deswegen war das vielleicht so schwer. So, hier haben wir Regeneration für alle. Oh, und erhöhte Stärke. Das ist schwer. Das wäre nämlich sehr interessant. Ich glaube, auch sehr hilfreich. Aber ich glaube, ich werde das hier nehmen. Ja. Ich habe mich jetzt einfach mal für die Stärke und Vitalität entschieden. Woo, we made it! So what now? Yeah, what next, narrator? You need to take the crystals to a secret lab in the desert-waste land west of Motherbound. There all will be revealed. Okay. Thanks for the tip. I suppose we're going to have to backtrack our way back to Motherbound. What a cheap way to pet things out. The crystals begin to glow. They teleport you back to Motherbound. Nein. Oh, ich wette, da waren noch voll die Secrets. Meint ihr nicht? Oh, ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss mir das mal angucken. Also, sorry, wenn das jetzt für euch vielleicht voll langweilig ist. Aber ich glaube, hier hatten wir auch keine Gegner mehr. Weil, ganz ehrlich, auch das kenne ich aus anderen Spielen auch. Das gerade von den Älteren spielen. Also, das klingt immer, als ob ich so mega viele kennen würde. Aber in Lufia zum Beispiel war das so, dass wenn man einen Bosskampf bestritten hat, dass man auch direkt raus teleportiert wurde. Ich weiß nicht, ob bei allen, aber bei vielen. Und dann war hinter dem Boss noch eine Truhe. Oder sogar mehrere. Hm, mit geilem Loot. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ist. Wenn wir da jetzt überhaupt wieder hinkommen. Und unterwegs in dieser komischen Ruine haben wir ja auch alles an Gegnergesocks umgenietet. Deswegen dürfte das ja nicht so lange dauern. Das Problem ist viel eher, dass ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob ich jetzt hier mal die richtigen Wege entlang laufe. Das ist dann natürlich doof. Und das ist dann vom Timing her auch ziemlich ungünstig. Wenn man dann ausgerechnet in so einer Phase ein paar Tage pausiert und gar nicht mehr so drin ist. Aber egal. Wir sind ja geduldig, oder? Rollenspieler sind geduldig. Rollenspieler können leveln, können farmen, können grinden. Das müssen wir alles wegstecken können. Irgendwie, oder? Ja, so ist zumindest meine Devise. So, diesmal jetzt vielleicht auf der linken Seite. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich noch an das Gebiet, aber eben nicht an den Aufbau. Aber ich bin gerade mordsmäßig stolz. Auch wenn ich das kaum selber aktiv beeinflusst habe. Aber trotzdem, dass wir jetzt hier alle Gegner aus dem Weg geräumt haben. Aber man kann ja hier fast auch gar nicht anders, ne? Also wenn man irgendwie halbwegs präziser erkunden will, dann kommt man da irgendwie gar nicht drum rum. So, warte mal. Hier kann ich ja jetzt nochmal kurz die MP auffüllen. Auch wenn hier keine Gegner kommen. Ich wollte gerade sagen. Das kann ich ja mal unter Beweis stellen, wie gut ich mich ja an alles erinnern konnte. Oder eher an den Weg erinnern konnte. Aber ja, da laufe ich just in die falsche Richtung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ein guter Kompromiss ist, wenn ich euch vorspule. Tada! So schnell kann es gehen. Ich glaube, das war eine gute Idee, oder? Mir ist nämlich zwischenzeitlich wieder eingefallen, dass wir ja auch noch die U-Bahn haben. Und ich glaube, das wäre vom Weg her dann doch ein bisschen zu krass gewesen. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt hier nicht umsonst hinlaufe. Bitte lass uns hier rein. Nee, oder? Nee, oder? Habt ihr jetzt links und rechts zufällig mitgeguckt? Nicht, dass ich da... Oh, ich dachte, dass das vielleicht in irgendeine andere... Oh, okay. Das ist gerade echt total zum Abkutzen. Darf ich das mal so sagen? Ja, ich darf, oder? Das sei mir gestattet. Da habe ich gerade so eine Hoffnung reingesetzt, dass man hier irgendwie voll entlohnt wird dafür, dass man sich den ganzen Rückweg nochmal antut. Weil ich fand das so auffällig, wisst ihr? Dass man auch gesehen hat, dass da im Hintergrund, dass da irgendwie noch ein bisschen Platz wäre zum Weiterlaufen. Und man wird direkt rausgehauen und... Ja, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Mich beunruhigt aber gerade nicht die Tatsache, dass wir durch die Tür wieder rausgekommen sind. Mich beunruhigt viel eher, dass ich mich in diesem Raum gar nicht so genau umgeschaut habe. Ja, und jetzt auch gar nicht meine Hand für ins Feuer legen könnte, dass da wirklich nichts war. Aber gut, das muss ich mir dann in der Aufnahme im Nachgang nochmal genauer angucken. Notfalls werde ich euch dann irgendwie in Empfang nehmen, wenn wir vor irgendeiner Truhe oder sowas stehen. Aber ich glaube, da war nichts. Ich rede mir das jetzt einfach schön und sage mir immer wieder, ich glaube, da war nichts. So, die große Frage ist ja, wo wir jetzt überhaupt hin sollen. Ich würde mal sagen... Also wir sind ja direkt wieder zurück nach Motherbound teleportiert worden. Ich würde mal schätzen, dass wir jetzt irgendwie zum König wieder zurück müssen. Und dass der uns dann irgendwie weitere Instruktionen gibt. Wobei, es war auch die Rede von irgendeiner Desert, ne? Also vielleicht... Ach, na klar. Ich bin doch dumm. Da gab es doch im Westen, gab es doch noch einen Weg. Ja, ich erinnere mich. Aber die Frage ist, ob wir trotzdem erstmal mit dem König schnacken müssen. Ich glaube, das ist ja fast. Aber wisst ihr was? Wir können mal probieren, in die Wüste zu gehen. Und mal schauen, ob das... Okay. Also der Weg steht schon zur Verfügung. Ich will trotzdem mal kurz gucken, ob wir nicht vielleicht eine Belohnung kriegen. Gerne würde ich jetzt hier auch noch Potions einkaufen. Aber das ging nicht bei ihm, oder? Konnte man überhaupt Potions kaufen? Ich glaube, das ging gar nicht, oder? Wie ich das so selbstverständlich vorhin für mich in Erwägung gezogen habe. Ich glaube, das geht nicht. Hm. Komme ich ernsthaft nur an Potions ran, wenn ich die aus Truhen rausfische? Wie viele haben wir denn noch? Äh... Wir haben auch lange nicht mehr gechattet. Kann ich hier gar nicht sehen, oder? Status? Equip? Nee. Kann ich hier gar nicht sehen. Prinz Eric, why do you talk so funny? The funny? Äh... I do not speak with the funny. I am eloquent. Ha. Aha. Okay. Hätte ich wahrscheinlich im Laufe des Spiels auch ein paar Mal öfter irgendwie ausprobieren müssen. Hm. So. Thank you for sparing my life. I shall rule well in your stead, Prinz Eric. Erwik. Erwik. Ähm. Ja, okay. Ich glaube, das war jetzt irgendwie nichts Neues. So, dann können wir ja mal eben kurz übernachten gehen, obwohl wir, glaube ich, schon voll sind. So in puncto Energie und so. Ich bin ja in diesem komischen weißen Auffüllungsteil schon gewesen. So, und dann haben wir jetzt ein neues Gebiet vor uns. Uh, 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 eine komplett neue Region. Was, was that supposed to be a dungeon? I think so. Ja, berechtigte Frage. Gibt es eigentlich Gegner? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Das wäre ja irgendwie fast witzig. Aber ich glaube irgendwie nicht, oder? Ah, die spawnen eigentlich in so regelmäßigen Abständen. Ne, okay. Ich glaube, hier gibt es keine. Aber hier in der Wüste wird es mit Sicherheit welche geben. Da würde ich ja meine linke Pobacke für verwetten. Drauf verwetten. Üh. Landshark und Sandmonster. Ihr seht euch aber ähnlich. Ich habe bestimmt die gleichen Eltern. So. Ähm. Oh Gott. Okay. Äh. Die halten gut was aus. Ich hoffe, dass wir... Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Steuern wir jetzt irgendeine neue Stadt oder sowas an? Ich glaube, ich werde jetzt hier mal nicht so sparsam mit meinem Zeug umgehen, sondern eher ein bisschen reinhauen. Ich meine, wir teilen ganz gut aus, aber die Gegner halt auch. Und, äh, ja. Fünf Gegner so auf einen Schlag, die man gar nicht kennt, ist dann doch schon ein bisschen Hardcore. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Attack und Attack. Ja. Okay. Sehr schön. Nicht, wenn ich den zweiten Zauber irgendwie fast schon sparen könnte. Ja, aber man weiß halt immer nicht am Anfang. Ne. Auf der Weltkarte kommen die Gegner aber immer... Ach du Scheiße. Steel Golem und Rock Snake. Oh, voll das Onix da rechts. So. Oder so eine kleine Kackschlange. So Mr. Hanky. Könnte auch hinkommen. Was? Die Rock Snake hat ernsthaft mehr Habherd? So ein Steel Golem, ey. Was bist du denn für ein mickriger Golem? Na gut, vielleicht sollte ich den jetzt auch nicht so unbedingt beleidigen. Nicht, dass der jetzt hier gleich irgendwie Hassgefühle in meine Richtung entwickelt. Ähm. Ach, wir attacken jetzt hier nochmal. Also es wäre kein Weltuntergang, wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, weil der letzte Speicherfunk liegt ja nun nicht so weit zurück. Und das ist gerade mal der zweite Kampf in diesem neuen Gebiet. Das werden wir schon irgendwie überleben. So, Sarah darf sich gerne selbst heilen und die anderen dürfen gerne weiter angreifen. Oh, Backe. Ach, damn. Ach, du Scheiße. Ich will keine Potion mehr einsetzen. Ich sträube mich gegen den Einsatz von Potions. Die brauche ich noch. Guck mal, wir haben nur noch 10. Ah. Dann unite ich mich jetzt lieber, als dass ich in Potions investiere. Scheiße. Oh Gott. Okay, das könnte echt böse ausgehen. Ich bin jetzt mal so verspielt und riskiere was. Okay, Sarah hat's gemacht. Sehr schön. Und die beiden Mädels jetzt hier voll abgesahnt. Ja, soviel zu dem Thema. Die Golems sind voll schwach und so. Okay, hier ist eine Sackgasse auf der rechten Seite. Oh Mann, die gehen hier aber ganz schön ab. Ich glaube, das ist ein Gebiet, wo man richtig geil leveln könnte. So, nehmen wir mal hier den... Warte, ich will erst mal gucken, wie viel Energie die überhaupt haben. 550, okay. Aber die werden wahrscheinlich ihre Stärke so ganz klassisch zauberermäßig darin haben, dass sie richtig fett austeilen und uns voll wehtun mit ihrem Zauberfeuerzeug oder was sie da auch immer mit sich führen. Wenn die gar nicht erst zum Einsatz kommen, ist das natürlich die beste Prävention, um sich irgendwelche Schürfwunden irgendwie fernzuhalten. So, dann werden wir das mal genauso handeln wie gerade eben. Wenn, auch wenn man mir gerne unterstellen darf, dass ich jetzt zu viel wieder mit MP um mich schmeiße, aber mir erscheint das gar nicht so unvernünftig. So, den Restchen machen wir jetzt hier aber mit normalen Angriffen. Ja, Demm hat mit einem Punkt überlebt. Demm hat gar nicht überlebt. Wird ja immer besser hier. Aber egal. Oberstes Credo lautet für mich jetzt... Oh, keine Potions anrühren. Ist das schon wieder so eine Ruinenstadt? Hoffentlich sieht die ein bisschen anders aus, weil ich mag die ja nicht so sonderlich. Fand die anderen Dungeons bisher irgendwie cooler. So, ähm... Er attackt mal ganz normal. Sie nimmt einen Hailstorm. Und sie kann sich gerne wieder uniten. Hoffentlich überleben diesmal alle. Das wäre zur Abwechslung auch mal ganz nett. Ja, Demm, ich gucke dich dabei an, während ich mir das so denke. Ja, okay. Sehr schön. Und direkt wird er mit einem Level-Up belohnt. Was kann es denn Schöneres geben? So, ich werde diesmal auf HP und MP gehen. Habe mit dem Blick auf die letzten Kämpfe irgendwie das Gefühl, dass das schon sinnvoller ist. Wow, das wäre mal ein richtig starker Angriffszauber. Okay. Das ist schwer. Das ist sehr schwer, weil ich kämpfe ja eigentlich lieber mit, äh... Angriffen, die auf alle gehen. Hm... Ich glaube, ich nehme den Solar Flare. Oder? Oh, ich bin so hin- und hergerissen. Eigentlich mag ich die einzelnen Angriffe immer mehr. Aber nur, weil ich die mehr mag und ich die dann am Ende kaum nutze, dann habe ich ja davon auch nichts gewonnen. Ich nehme jetzt Solar Flare. So. Ich glaube nämlich, dass das richtig doll reinknüppeln wird. Und das werden wir irgendwie hoffentlich dann zu Nutzen wissen. Wobei, das könnte ich wahrscheinlich auch von dem anderen Ding behaupten. Eine Vulture und ein Sandworm. Okay, Sandworms sind auch irgendwie voll die obligatorischen Wüstengegner, oder? In fast jedem Rollenspiel. Ich mag die Dinger aber. Okay, 1400 habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Das ist echt ganz schön viel. Ja, muss man mal so sagen. Und ich werde jetzt hier wahrscheinlich mit ihrer Solar Flare auch gar nicht so weit kommen. Ich werde es trotzdem einmal probieren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die relativ resistent sind. Und, oh, nö, eigentlich nicht. Das war gerade mehr Schaden, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Oh, Fuck, Lita ist weg. Schade eigentlich. Aber den Rest müssen wir jetzt so hinkriegen. Hat sie halt verschissen. Uh, plus ein Hit. Das hatte ich doch schon mal irgendwo. Oder 40 auf Magic. Ich glaube, wir machen hier das hier. Nummer A. Nummer A. Ja, ich habe heute schon wieder die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die Sprachskill sowieso. Also ist klar, hört man deutlich raus. So, ich glaube, ich laufe jetzt hier gerade auf eine optionale Sackgasse zu, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und das sah relativ vielversprechend, aber auch weitläufig aus. Ich hoffe, dass ich das mal überlebe. Weil so mega viel MP-Reserve haben wir jetzt aktuell auch nicht mehr. Ich glaube, ich sollte bei ihr auch beim Hailstorm bleiben. Weil Hailstorm kostet schon viel. Aber das andere Zeug, das ist nochmal doppelt so viel, ne? Ich kann toll rechnen, wa. Kann so geil rechnen, wenn voll das Matta ist. So, hier, definitiv. HP. Ja, HP hat gerade für mich irgendwie allergrößte Priorität. Das ist halt so mein Ersatz für... Ja, guck mal, Tatsache. Wir kommen da in einen Dungeon, wie es aussieht. Und ich... Oh, okay, schade. Jetzt können wir hier nicht mehr weiter die Flächenangriffe mit ihm austeilen. Das ist uncool. Gut, dann müssen die anderen das halt irgendwie rausholen. Und hier mit Hailstorm. Und hier gerne wieder mit einem Unite. Sehr schön. Okay, bitte alle überleben. Ich werde jetzt keine Toten hier zu beklagen haben. Angriff. Hailstorm, Attack und Attack. Jap, sehr schön. Das hat funktioniert. Super. Oh, es wäre so geil, wenn da so ein Auffüllungsteil wäre. I get the strange feeling that this is a very difficult place, even harder than the end of the game. Oh, God. I agree. Retreating would be wise. Ähm... Okay. Ich habe Angst. Ich speichere. Ne goya Angst. Ne goya speichern. So sieht das mal aus. Wir nehmen mal den Slot. Und ich werde mal einen Kampf wagen. Und mich dann direkt wieder verpieseln. Oh, Super Secret Cave. Kann es sein, dass das so ein optionaler Über-Dungeon ist? Oh, Gott. Paladin und Gold Golem. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das könnte vielleicht der schwerste Ort hier im Spiel sein. Habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl gehabt. So, jetzt nehmen wir mal hier so ein Rain of Fire. Ähm... Ich werde das mal aus dem Vollen schöpfen. Oh, Gott. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie lebend wieder den ganzen Weg durch die Wüste schaffen. Ne, ich nehme jetzt hier... Ne, doch. Ich nehme jetzt... Ich würde gerne einmal so einen Kampf schaffen. So, dann nehmen wir hier... Ähm... Ne, warte mal. Hier, Uniten. Cover Fire, genau. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist echt zu krass. Also, ich glaube, das ist nicht unmöglich. Aber ich denke mal, das ist noch ein kleines bisschen zu heftig. Wobei, wenn Demm auch seine Energie noch voll hätte... ...hätte es vielleicht sogar klappen können. Aber ich glaube, aktuell ist das zu krass. Mhm. So, warte mal. Hier nehme ich jetzt mal so eine Heel Wave. Und die können sich gerne nochmal uniten. Ah, ist ja so witzig, wenn ich das jetzt hinkriege. Ich wäre aber trotzdem irgendwie am überlegen, das nochmal neu zu laden. Wegen... Wegen den MP halt. So, warte mal. Hier attacken wir mal. Sie kann gerne nochmal so eine Heel Wave nehmen. Könnt ihr euch nochmal uniten? Ja, okay. Das hat auch nochmal funktioniert. Okay. Oh, leider keiner gestorben. Tja. Ich glaube, jetzt werde ich hier nochmal Gas geben mit so einer Solar Flare. Und danach ist auch Sarah fast out of MP. Und spätestens dann könnte das echt ein bisschen knifflig werden. Oder sehr knifflig. Ah, guck mal. Ich glaube, wir schaffen das. Ey, so geil. Aber den Ort, den mache ich jetzt noch nicht. Also ich glaube, der Warnhinweis da am Anfang, der hatte schon so seine Daseinsberechtigung. Und das will ich jetzt nicht verschmähen. Oh Gott, ey. Ich habe gerade echt ein bisschen Bammel, dass wir das nicht hinkriegen. Also wenn wir jetzt hier wirklich gar nicht durchkommen sollten, dann werde ich das vielleicht nochmal laden. Weil ich habe jetzt so ganz blau-ohrgig meine ganzen MP verballert im letzten Kampf. Und ich glaube, das war nicht so die allerklügste Vorgehensweise. Hier muss ich jetzt auf jeden Fall damit rechnen, dass ich nicht alle lebend durchkriegen werde. So, Sarah können wir ja mal healen. Attack and attack. Okay. Das ist scheiße. Aber mein Ziel ist gerade einfach nur lebend durchzukommen und möglichst keine Potions zu verwenden weiterhin. Eigentlich müsste ich auch Sarahs MP mal so ein bisschen sparen. Einfach damit... Ach du Scheiße. Weil sie bekommt ja nach jeder Runde immer entsprechend wieder ein bisschen was auf ihr Konto draufgepackt, ne? So, sie greift mal ganz normal an. Bei ihr können wir jetzt aber mal ein bisschen mehr auf die Text zurückgreifen. Einmal 1240 oder... Oh ja, nee, warte mal. Hier werden wir mal den Dark Blast nehmen. Hier will ich jetzt auch nicht zu knauserig sein. Er kann... Nee, er kann nicht smashen. Er geht mal hier auch auf sie rauf. Also auf sie. Auf diesen Sandworm, wollte ich eigentlich sagen. So. Ja, ich glaube, den Rest, den kriegen wir schon irgendwie hin. Ohne großartige Invest. Eigentlich sind die Gegner ganz cool. Ich mag die. Ich finde, das ist eine Wüste, die mal echt angenehm ist. Ich habe ja so eine kleine Wüsten-Aversion, aber das bezieht sich eher auf Wüsten im 3D-Umfeld, sage ich mal. So, dann nehmen wir jetzt hier nochmal so einen Dark Blast auf so einen Sand-Monster. Gerne auch beide wieder auf einen und denselben. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Glück, aber das könnte gut gehen. Ja, auch die habe ich am Anfang ein bisschen überschätzt. Oder uns unterschätzt, aber wir stecken das inzwischen ganz gut weg. Wir hatten jetzt hier gerade so ein bisschen Glück auch, dass sich die Angriffe so verteilen. Ach so. Oh nee, ich bin jetzt voll... Entschuldigung, Leute. Hat voll in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das wird jetzt so ein kleiner Part mit Überlänge, wie es aussieht. Also für die Indie-Ecken-Verhältnisse. Im Vergleich zu den anderen Projekten sind das ja Peanuts, so vom Zeitansatz her. Ja, eigentlich hätte ich mit Sarah gerade nicht so knauserig sein müssen, denn sie hat inzwischen wieder ein bisschen was zusammengetragen an M.P. Ja, sehr schön, wie sogar alle überlebt haben, obwohl sie alle kurz vorm Verkrebeln waren. Kurz vorm Abkrebeln, Verkrebeln. Okay. So, ähm... Ja, ich bin am überlegen, ob ich jetzt zaubern soll. Ich habe so eine Angst vor dieser Gegner-Konstellation irgendwie. Ich nehme jetzt hier mal Hailstorm. Ich glaube, dass das hier gar nicht so einfach werden wird. Äh, hier nehme ich mal einen Sniper-Shot. Oh nee, warte mal, den Sniper-Shot lieber auf... Auf so eine Rock Snake. So, und du kannst auch noch mal auf die gleiche raufgehen. So, okay, Lita hat nicht so viel Schaden ausgeteilt, aber... Ah, so ein Kanonenschuss oder was sie da hat auf, äh... Auf Gestein ist, glaube ich, auch nicht so die allereffizienteste Vorgehensweise. So, und das geht gerade schon wieder total in die Hose. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ey, komm, das schaffen wir. Oder? Ja, oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, ey, jetzt geht mir aber die Pumpe. Jetzt bin ich gerade echt bedient. Und, okay, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Aber diesen Ort, den gucken wir uns beim nächsten Mal etwas genauer an. Und, ähm, ja, ich bete gerade wieder in Brünstig, dass wir hier nochmal so eine Heil- und MP-Regeneration-Stelle finden. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich danke fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.